Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Guten Morgen, Michael. Christiano, guten Abend. Du, wie ist es denn gelaufen? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, die erste Frage wäre, was eigentlich? Gut. Machen wir nochmal. Michael, wie ist es gelaufen? Gut. Würde meine Tochter sagen, wenn sie aus der Schule kommt. Genau, wie war dein Tag? Schön. Schön. Wie ist es gelaufen? Gut. Wie läuft das Projekt? Ja, passt schon. Ja, es kommt drauf an, wie wir es messen. Ja, genau. Also die erste Gegenfrage wäre ja, was meinst du genau, was gelaufen ist? Was läuft denn? Was läuft denn, ja. Was läuft denn eigentlich in dem Business? Also wie jetzt in unserem. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Coa Academy nehme. Ja. Wie würdest du denn jetzt sagen, ob es gut läuft? Und auf die Frage, wie ist es denn gelaufen bei der Coa Academy? So. Allgemein mal. Und ich kann dich fragen oder Leonie oder irgendjemand im Team, ja, Barbara oder Andi oder Torben oder sonst wen fragen, hey, wie ist es, wie läuft es denn? So was meint ihr, wie läuft es? Dann haben die natürlich ein Gefühl. Ja. Gut. Das ist die Frage, wie läuft es, ist ja eine Frage. Gemessen an was? Ja. Genau. Wie Pippi Langstrumpf schon wieder. Oder was? Nee, Pippi Langstrumpf oder Alice im Wunderland. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ist es egal, wo ich hingehe. Ja, genau. Welchen Weg ich nehme. Oh ja, schön. Das passt perfekt. Genau. Also das heißt, wenn ich mit einem Unternehmen eigentlich keine Idee habe, wo ich hin will mit dem Unternehmen, dann ist es auch eigentlich vollkommen unerheblich, was ich tue, weil ich komme ja dann hin. Dann kann ich keinen Fortschritt messen. Dann kann ich nicht feststellen, wie gut es läuft, weil ich habe keinen Plan. Was ist denn der Plan bei uns? Ja. Unser Plan ist, unseren Purpose zu leben, unsere Vision zu erreichen im Einklang mit unseren Werten und die Strategien, die wir uns vorgenommen haben. auszuführen. Also das große Modell aus Purpose, Vision, Value, Strategies. Das hatten wir schon mal, oder? Ja, komisch. Das wiederholt sich dauernd. Irgendwie scheint das echt wichtig zu sein. Langsam kapiere ich es auch. Naja, ist es halt auch, weil unsere Aufgabe als Team ist es, diesen Plan in die Realität zu überführen. Wir nehmen uns das vor, für welchen Purpose wir das machen, was wir machen, über das Geldverdienen hinaus. Wir nehmen uns vor, wohin wir gelangen wollen, wenn es mega geil gelaufen ist in den nächsten fünf Jahren. Wir haben unseren Wertekodex, den wir erhoben haben, um festzustellen, was uns eigentlich wichtig ist an unserem Verhalten und welche Verhaltensweisen wir vom Team erwarten und welche auch nicht, damit jemand an Bord sein darf im Bus. Und wir haben die Strategien, die wir uns vorgenommen haben, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auszuführen. Da kann ich schon ganz gut dran messen, wie es läuft. Jetzt bin ich ja Physiker eigentlich. Du behauptest das immer wieder. Ich behaupte das immer wieder. Ich kann ja, ich bringe mal nächstes Mal mein Diplomzeug nicht mit. Und da war ja in den ganzen Praktika immer so wichtig, wie messe ich denn Sachen? Ich weiß noch, wo wir irgendwie mal so einen Neutronenfluss gemessen haben oder sowas. Das ist ja, da gibt es ja dann Mechanismen, da gibt es Geräte, Messgeräte, die heißen ja auch extra so. Was ist denn mein Messgerät in einem Unternehmen, wie ich Fortschritt messe oder wie ich, also, wie messe ich denn, ob ich im Weg zum Purpose bin und zur Vision? Das finde ich eine klasse Frage, weil auf Unternehmensebene wäre ja toll, wenn ich da so eine Geschwindigkeitsanzeige hätte. Oder so ein Google Maps, was mir zeigt, Sie sind hier und da ist das Ziel und circa in 45 Minuten bist du da. Wie am Samstagabend auf dem Weg zur Weihnachtsfeier. Ja, wie messe ich das? Ich kann teilen, wie ich es messe. Also in den konkreten Einzelaktionen, gerne mit Smart Goals oder OKRs, wo Metriken drin sind. Also wenn da steht, bis zum so und so viel Datum will ich so und so viel Prozent von XYZ erreicht haben oder ein Produkt im Markt haben mit den und den Features. Also Smart Goals und OKRs und Achievable Outcomes und all die Sachen. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, wie wichtig Goal Setting ist. Weil in gutem Goal Setting kann ich Ziele dann sehr leicht messen. Und wenn ich sie messen kann, dann stelle ich damit auch sicher, dass ich sie erreiche. So nach dem guten Motto, I get what I measure. Auf Business-Ebene finde ich die Sache tatsächlich ein kleines bisschen anspruchsvoller. Vielleicht braucht man auch deswegen so clevere Leute wie CEOs und Geschäftsführer, die sich darum kümmern. Weil das nicht alles messbar ist. Oder nehmen wir es mal so. Hier ist das schöne Wort dafür. An der Stelle wird es etwas mehr Ermessenssache. Ich habe ja auch mal ein paar Vorlesungen Mathematik angeschaut. Und es gibt ja diese Logik, diese klassische Logik, ja, nein, 0, 1. Und es gibt die Fuzzy Logic, wo du sagst, Sachen sind eher so und eher so. Es gibt ja mittlerweile auch Waschmaschinen, die auf Fuzzy Logic dann basieren und sagen, die Wäsche ist jetzt ausreichend sauber. Das klingt ja so bei Werten zum Beispiel, das klingt ja für mich so, als wäre das eigentlich so eine Fuzzy Logic. Das ist irgendwas zwischen 0 und 1. Ja, und es erfordert menschliches Ermessen. Also um festzustellen, ob ein anderer Mensch sich in unserem Wertekontext verhält. Also das erfordert wirklich einen menschlichen Vorgang, idealerweise von mehreren Menschen, damit es systemisch wird und wirklich auch qualifiziert ist als Bewertung. Und genau so ähnlich finde ich auch, selbst für die Vision ist es so. Ich kann zwar bei einer Vision konkrete Messgrößen drin haben, nur da die Vision ja bei uns typischerweise fünf Jahre voraus ist, ist es immer relativ schwer, das dann zu extrapolieren und zu sagen, okay, dieses Jahr sind wir so und so viel weitergekommen. Wenn wir das jetzt mal fünf Jahre multiplizieren, dann sind wir da oder nicht. Das geht zwar. Und aus der Perspektive von, ich habe jetzt gerade sechs Monate hinter mir und habe ein Ziel, was fünf Jahre vorausliegt und dann noch viereinhalb Jahre ab dem Punkt, wird es schwieriger. Also brauche ich Fuzzy Logic, wie du sie nennst. Oder halt eine Messlatte und Menschen, die es beurteilen können. Ja, und dann sind wir, vielleicht darf ich dann jetzt die Frage beantworten, wie läuft es denn so? Also um die Frage zu beantworten, wie es in unserer Firma läuft, würde ich sagen, ja, da müsste ich mal eben unsere Top 10 Leute im Team fragen oder unser Leadership-Team oder wir drei als Gründerteam oder was auch immer. und jeden darin fragen, du auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du denn sagen, wie gut läuft es? Da fange ich mit der Fuzzy Logic an, 1 bis 10. Ist halt nicht schwarz-weiß, 0,1, sondern 1 bis 10. Oder 0 bis 10 oder 1 bis 7, was auch immer. Aber irgendeine schöne Skala. So, und da hättest du wahrscheinlich eine Vorstellung, wie läuft es denn gerade? Ich habe eine Vorstellung und da können wir schon so ein bisschen sehen, wo wir stehen. Und wenn ich jetzt ein bisschen tiefer gucken will, weil eine Score für die ganze Firma ist natürlich eine ziemlich grobe Verallgemeinerung. So sehr ich deine Meinung und Leonis Meinung und meine Meinung schätze und die unseres Leadership-Teams. Und deswegen gehe ich dann gerne Element bei Element durch. Element für Element auf Deutsch. Also fangen wir mit Purpose an. Schritt bei Schritt. Step by Step. Oh, das geht auf Deutsch und Englisch. Also Purpose, Skala von 1 bis 10. Wie würdest du das bewerten und alle? Und dann habe ich vielleicht sieben, acht Leute, die es bewerten. Und dann kriege ich ein Gefühl. Wenn jetzt also acht Leute bewertet haben auf einer Skala von 1 bis 10, dann kann ich mir entweder einen Durchschnittswert bilden. Das ist schon hilfreich. Ich mache lieber eine NPS-Score draus, weil die ein bisschen krasser das Ganze zerrt, von negativ bis positiv, minus 100 Prozent bis plus 100 Prozent. Ich schaue das immer in einen NPS-Calculator rein. So und dann dasselbe für die Vision. Dasselbe für den ersten Wert, für den zweiten Wert, den dritten Wert, wenn es den vierten gibt, für den vierten. Und dann dieselbe Frage für jede einzelne Strategie. Und dann kann ich das Ganze aufaddieren und zusammenrechnen. Das ist ein bisschen pseudowissenschaftlich, wirst du wahrscheinlich als Physiker sagen. Weil es natürlich basierend ist. Auch ausreichend. Ausreichend. Wissenschaftlich höchstwahrscheinlich. Es sind ja subjektive Scores. Und es sind die Scores von den Leuten, die es am besten beurteilen können. Also die Bemessungsgrundlage. Das sind halt die Leute, die drin sind und die wissen, was abgeht. Und die dann vom Gefühl auf einer Skala von 1 bis 10 auch ihr Urteil abgeben dürfen. Und dann, wenn du mir die Frage eingangs stellen würdest, dann würde ich sagen, ja, also laut, Team-Umfrage gestern oder laut Workshop, laut Execution-Review von gestern, dann sind wir beim Thema. Jetzt sind wir endlich beim Thema. Hat jetzt neun Minuten gedauert. Haben wir 78% Fortschritt. Als Mittelwert aus Purpose, Vision, drei oder vier Values und vier, fünf, sechs Strategien. Okay. Da ist ja dann der Glaubenssatz dahinter, dass ich, dass ein Ziel ist, 100% auch bei den Values zu haben. Wenn ich das als Fortschritt bezeichne. Also das heißt auch, dass wir dann versuchen, mit den Values immer besser zu werden mit der Zeit. Ja, Fortschritt ist, na gut, wenn ich bei den Values einmal bei 100% angekommen bin, dann habe ich wahrscheinlich noch keine 100%-Score insgesamt. Ja, das stimmt. Was ich an den einzelnen Scores dann schon sehe. Also wenn ich bei den Values niedrige Scores habe, dann weiß ich, ich habe ein Kulturthema. Und ich muss mich ums Team kümmern. Und das ist halt das Coole. Ich sehe sowohl auf der linken Seite, rechten Seite vom Gehirn, also Soft Skills, Hard Skills, Zwischenmenschliches, Faktisches, diese ganze Bipolarität. Yin-Yang. Yin-Yang. Die zwei Hälften sehe ich halt, wo was ist. Und wenn ich dann niedrige Scores habe von den Values, dann weiß ich, ich habe ein kulturelles Thema. Wenn ich niedrige Scores habe in den Strategien, dann weiß ich, ich habe ein Umsetzungsthema. Oder die Planung war nicht gut genug. Wir haben es nicht erreicht, weil wir es unsauber geplant haben. Das kann schon mal vorkommen. Wenn ich bei der Vision eine sehr niedrige Score habe, dann weiß ich, war vielleicht zu ambitioniert oder vielleicht nicht richtig als Vision. Und wenn ich beim Purpose eine sehr niedrige Score habe, dann kommt die ähnliche Frage, ist es das eigentlich wirklich? Also da gehen wir dann in jeden einzelnen Bereich rein, je nachdem, ob die Scores high oder low sind. Ich hatte übrigens letztens, wenn ich da eine Erfahrung teilen darf, eine Firma, die hatten sehr hohe Value Scores. Also so hoch, wie ich sie bisher jemals gesehen habe. Und das Schöne war, denen war das gar nicht so gewusst. Und da konnte ich dann die Perspektive dazu liefern. Also ich habe das jetzt so mit 250 Firmen und Organisationen gemacht, das ganze Modell. Da könnt ihr euch echt was drauf einbilden. Also für Values, da so viele Neuner und Zehner zu haben und dann einen NPS-Wert von, ich glaube, die hatten fast 80 Prozent als NPS-Score. Das ist fantastisch. Und da bringt es dann auch so ein Erfolgsgefühl mit sich und da darf dann auch gefeiert werden, wenn die Sachen geil laufen. Was ich daran ja cool finde, ich bin heute irgendwie sehr physikalisch drauf. Ich merke, das ist heute nicht Cyber Monday, sondern heute ist Academic Monday. Heute ist Physical Monday. Jetzt geht es gleich zum Sport. Die Messung beeinflusst ja das Ergebnis. Das ist ja so aus der Quantenmechanik. Also wenn ich den Ort eines Teilchens bestimmen will und dann schicke ich da Licht drauf zum Messen und dann ändert sich der Ort danach. Genauso was hier passiert, wenn ich die Values messe, wie du es gesagt hast. Und die sind ein Indikator für die Kultur und ich messe die und kriege ein Ergebnis und dadurch beeinflusst, hast du ja in diesem Workshop total wieder die Kultur beeinflusst, weil plötzlich alle gesagt haben, hey, wir sind jetzt ganz gut in den Werten tatsächlich. Also das ist so ein Feedback-Loop, der da eingebaut ist, den ich total cool finde. Vielleicht ist ja unser schöner Spruch I get what I measure, den haben wir ins Ich übersetzt von you get what you measure. Also I get what I measure. I get what I measure. Vielleicht hast du da gerade den physikalischen Beweis zugeliefert, dass das immer so ist, weil dadurch, dass ich es beobachte, verändere ich es. Oder wie wir sagen, wo heißt das, where focus goes, energy flows. Move your mind and your body will follow. Oder move your legs and your body will follow. Also sobald ich da hingucke, geht da auch Fokus hin. Und wenn ich da Fokus drauf gucke, dann wird es auch automatisch besser. Und so erklärt sich dann I get what I measure. Also das Meashern, damit ist dann ja integraler Bestandteil der Zielerreichung. Notwendiger Bestandteil von Zielerreichung ist es, dass ich messe, wie es läuft. Sonst wäre es ja fire and forget. Einfach mal drauf losschießen und dann nicht mal gucken, was passiert ist. Und dann ein halbes Jahr später wieder woanders hinschießen. So ein bisschen reflektieren hilft mir schon. Habe ich auch persönlich festgestellt. So, wie mache ich das denn jetzt? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich kann das ja per Mail vorher schon mal abfragen. Alle, ich kann ein Tool dafür haben. Ich kann einen Workshop dazu machen. Wie ist da dein Take dazu? Was ist so der zeitliche Rahmen für sowas? Ja. Also gehe ich jetzt ins Experience Share rein? So wie ich es mache oder wie du es machst, wenn wir oder wie auch unsere Co-A-Coaches den Execution Review Prozess machen. Wir haben ja auch ein Buch beschrieben schon mal. Und wir sprechen heute schönerweise nochmal hier in etwas mehr Detail. Es dauert so typischerweise vier Wochen. Was natürlich schon mal lang klingt vielleicht oder kurz, je nachdem. Es ist einer der großen vier Rhythmen im Jahr. Also die Methodik, mit der wir ja arbeiten, die wir auch überall beschreiben, auch in Chief of the Year behandeln, ist in Quartal 1 strategische Planung zu machen. In Quartal 2 sich dem Thema People und Struktur zu widmen. In Quartal 3 den Execution Review, von dem wir jetzt gleich sprechen oder die ganze Zeit schon sprechen. Und dann in Quartal 4 Ergebnisse, Results. Also alles, was Zahlen sind, was messbar ist. Nicht nur Geld, alles. Alles, was ich irgendwie messen kann, auch Messgrößen festlegen. Das ganze Thema I get what I measure hat da besonderen Fokus. So, und der Execution Review hängt ein bisschen von der Firmengröße ab. Also wenn die Firma relativ klein ist, ist es ein bisschen anders, als wenn sie groß ist. Wenn sie groß ist, gibt es nur einen Schritt vorher und nachher zusätzlich, nämlich von allen Input zu holen und nachher allen Feedback zu geben. Also im großen Unternehmen mache ich einen All-Hands-Schritt vorne weg und hinten dran und vorne weg. Das kann ich als Survey machen oder als Workshop in den einzelnen Teams. Wichtig ist, dass ich jedem die Frage stelle, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr leben wir unseren Purpose? Auf einer Skala von 1 bis 10. Für den Zeitraum, den wir jetzt gerade gearbeitet haben an der Vision, was ja nur meistens etwa ein Zehntel ist der Zeit, auf Fünf-Jahres-Richtung, soll man immer berücksichtigen. Auch dabei ist wichtig, in den Frame-Ups das klarzustellen, was die Perspektive ist. Dafür, dass wir jetzt sechs Monate auf unser Fünf-Jahres-Ziel hingearbeitet haben, wie bewertest du unseren Fortschritt auf einer Skala von 1 bis 10? Dann die Werte auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr leben wir Wert Nummer 1 in der Firma insgesamt, gemeinschaftlich? Also immer Fragen für die ganze Firma, nicht fürs einzelne Team oder für den Menschen selbst, sondern für die Gesamtheit. So und das dann auch mit den Strategien und am Ende sammle ich dann diesen Input, pack den zusammen. Das kann auch ein Google-Sheet sein, kann auch numerisch gemacht werden, kann mit einer Umfrage gemacht werden. Das macht dann jede Firma so, wie es auch zur Kultur passt. Und vielleicht auch jedes Team. Und wichtig ist, dass alle da den Fokus mal hinsetzen. So und dann gebe ich das, kriegen das als Input die Leute, die im Leadership-Team dann in den Workshop kommen. Da sitzen dann du oder ich oder einer unserer Co-Coaches und moderieren dann. Typischerweise dauert das so einen halben Tag, vier Stunden. Mehr brauchen wir gar nicht dafür, um dann so formell den Execution-Review zu vollziehen. Und was dann passiert, ist, dass die Leute im Raum, die allen Input vorher gesichtet haben, also die dürfen ins Meeting kommen und schon alles gesehen haben, dann durchlesen ist zu spät, das müssen die vorher verdaut haben. Bitte schön. Und dann kommen die in den Workshop und dann wird auch jedem die Frage gestellt, nachdem wir natürlich eine Intro-Runde gemacht haben, ein bisschen warm geworden sind, ein paar Coaching-Spiele gemacht haben, ein bisschen Teambuilding auch vorneweg, ein paar Erfolge auch gefeiert haben vielleicht schon und dann gehen wir in die Arbeit und dann bewertet jeder in der Führungsrunde aus seiner Sicht auch wieder alle Elemente. Purpose, Vision, die drei oder vier Values und die vier, fünf, sechs Strategien. Und das rechne ich dann als Coach zusammen. Ich habe meistens Hilfe von jemandem, der mathematisch intelligenter ist als ich. Also du zum Beispiel. Mathes Skills 11. Es gibt schöne Tools da für Taschenrechner. Genau und den npscalculator.com ist meine Lieblingswebseite dafür, die ich dann dem Team vorstelle und jemand mathematisch begabtes tippt dann die Ergebnisse ein. Und so haben wir dann nach circa eins bis zwei Stunden, da wird auch ein bisschen bei reflektiert und gesprochen, was das so für ein Bild ist und wie die Ergebnisse sind. Dann sind wir eigentlich nach zwei Stunden mit dem Review durch, haben eine Gesamtscore für die ganze Firma stehen, haben eine Gesamtscore für die Strategien, für die Values, haben Einzelscores für jede Strategie, für jeden Value, haben eine Score für die Vision und eine Score für den Purpose-Leben. Und wenn die Scores da sind, die dann insgesamt zu betrachten und zu gucken, wie ist das Bild, das ist der magische Moment. Dann sehen wir auf einmal, wo läuft es, wo läuft es noch nicht, wo dürfen wir den Fokus in den nächsten sechs Monaten hinsetzen. Ist es eher ein Kulturthema, eher ein Strategiethema, sind es einzelne Strategien, sind es alle, ja und und und. Und dann geht das dann in einen Prozess über, wo wir dann überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis und wie beeinflusst die Beobachtung dieses Ergebnisses unsere Strategien in den nächsten oder unseren Plan für die nächsten sechs Monate. Wie klingt das so bis dahin für dich? Das klingt so, als hätte ich das schon mal gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, jetzt ist so die, und ab jetzt ist es ja eigentlich wieder wie ein ganz normaler Strategie-Workshop, oder? Also das heißt, ich mache ja dann wieder einen Brainstorm darauf, okay, wir sind hier, wir wollen woanders hin. Ja. So viel Fortschritt haben wir. Worauf setzen wir jetzt unseren Fokus in den nächsten? Ja, das kommt jetzt, da ist die Antwort, kommt drauf an. Also kommt drauf an, wie die Scores in den Einzel-Elementen waren. Also Purpose, Vision, Values, Strategies und dann darunter im Einzelnen kommt darauf an. Was an der Stelle passieren kann, ist, dass ein Team merkt, dass irgendwas noch nicht sauber genug formuliert ist oder nicht ganz zutreffend formuliert ist. Speziell beim Purpose und bei der Vision und manchmal auch bei den Values. Bei den Strategien eher nicht. Die sind relativ nüchtern, klar. Aber bei den anderen drei großen Elementen kann dann in dem Review auch auf einmal auftauchen, ich glaube, wir müssen noch mal über unser Vision Statement sprechen. Das trifft den Nagel noch nicht auf den Kopf. Diesen Schritt nenne ich die Validierung. Ja, also die Validierung des Plans und dabei überlegen wir uns dann gemeinschaftlich im Team, gibt es Elemente von diesem Vierklang, die wir noch mal überarbeiten wollen, weil wir gerade merken, wir haben es noch nicht gut genug formuliert. Das ist ja auch beim ursprünglichen Festlegen des Plans wird auch immer gesagt, das ist jetzt 95% und jetzt laufen wir mal ein halbes Jahr los und gucken, wie es läuft und das ist die Stelle, an der wir gucken, wie es läuft und auch mit der Offenheit, dass der Plan nicht perfekt ist. Ist er ja nie. Die Welt ändert sich. Welcher Plan ist schon perfekt? Da gibt es einen schönen Spruch. Planung ist wertvoll und Pläne sind für den Arsch. Also machen wir wieder Planung. So und ab da wird dann die Agenda festgelegt für die nächsten Stunden oder auch für die nächsten Tagen und Woche. Weil so ein Thema wie Purpose mal eben in einer Stunde machen, schwierig. Vision auch. Also das ist dann eher eine Sache für die Zeitplanung. Dann treffen wir uns nächste Woche oder übernächste Woche nochmal und gehen da rein. Was wir in jedem Fall machen in dem Execution Review, ist die Strategien updaten. Außer wenn wirklich in der Planung klar wird, boah, die Vision passt überhaupt nicht. Dann müssen wir das zuerst machen. In dem Fall, wo Purpose und Vision und Values relativ stabil sind, also oft ist das der Fall, dass da ein bisschen Tweaking-Bedarf ist, dass es stabil ist. Dann gehen wir in einen Fokus-Brainstorm rein, in dem der Fokus für die, genau. Ein Fokus-Brainstorm hört sich ein bisschen an. Ja, it's awfully nice. Widerspruch in sich selbst. Awfully nice. Terribly good. Ein Fokus-Brainstorm, sag mal, was ist denn das? Fokus-Brainstorm heißt, es ist ein Brainstorm-Prozess für den Zweck, klaren Fokus für die nächsten sechs Monate aufzubauen. Ah, okay. Also kein fokussierter Brainstorm, sondern ein Brainstorm mit dem Ziel zum Fokus. Naja, also die Regeln in dem Brainstorm sind dann in den nächsten sechs Monaten, nur sechs. Was ist am Ende der sechs Monate erreicht? Du darfst drei Sachen aufschreiben. Also drei Smart Goals oder drei OKRs. darf dann jeder auf ein einzelnes Post-It schreiben. Ich verteile dafür immer extra dicke Stifte, damit die bloß nicht zu viele Worte schreiben. Weil die Sachen sollen fokussiert sein. Ja, also laut und deutlich klar auf den Punkt. Das braucht dann auch ein bisschen Zeit und wo dann jeder für sich arbeiten darf und das schärft. So, und danach, nach diesen drei Aktionen für die nächsten sechs Monate gibt es dann die Bonusrunde. Okay, du kriegst jetzt noch zwei Post-It. Wenn wir es physisch machen, nehme ich andere Farben dafür mit. Ja, wenn wir es virtuell machen, dann auf Miro oder Mural auch. Und jetzt auf diesen anderen zwei Post-It, dann hat jeder fünf, da darfst du jetzt noch was draufschreiben, was erst in zwölf Monaten abgeschlossen ist. Okay. Also die ersten drei müssen abgeschlossen sein. Abgeschlossene Ziele in sechs Monaten, die anderen zwei abgeschlossene Ziele für darüber hinaus bis hin zu zwölf Monaten. Und dann brainstormen wir das, wie das in so einem Brainstorm ist. Sortieren das, packen die verschiedenen Sachen zusammen. Dabei zeigt sich dann wieder das Bild, wie klar das Team schon fokussiert ist oder auch nicht. Manchmal geht das sehr breit, dann ist wenig Fokus da. Manchmal geht das sehr tief. Ich ordne die immer spaltenweise an. Da sehe ich dann die Tiefe direkt. Und wenn viel Tiefe da ist, ist klar, okay, Team ist fokussiert, dann geht es schnell. Wenn viel Breite da ist, okay, dann müssen wir noch mal sprechen. Wo darf denn der Fokus sein? Ja. Und dann wird das Ganze zusammengedampft. Mit Scoring. Also jeder kriegt dann drei Punkte. Nachdem alles besprochen wurde und jeder im Führungsteam das von jedem anderen gehört hat, sehen die dann an der Wand oder auf dem Muralboard so die ganzen möglichen Fokuspunkte. und dann darf jeder wählen, welche von diesen ganzen Vorschlägen aus seiner Meinung wirklich die wichtigsten sind für die nächsten sechs, zwölf Monate, um im Einklang mit den Werten große Schritte Richtung Vision zu machen und den Purpose zu erfüllen. immer hart am Plan. Also praktisch, das ist dann noch mal ein Fokusteil, wo noch mal das gesamte Team noch mal mehr fokussiert dann auf. Und die kriegen dann, also meistens, je nach Größe des Teams, kriegen die drei oder vier so stickies. Wenn es physisch ist, dann dürfen sie das, da steht dann eine drei drauf, dann heißt das drei Punkte oder vier Punkte. Und je mehr Punkte, desto gewichtiger ist das Votum. Ja, und nach der Runde, wenn dann, dabei kommt noch die Ansage, bitte nicht taktisch voten. Also nicht gucken, was die anderen voten und dann, ach ja, komm, wenn die alle schon da machen, dann mache ich jetzt hier, das ist nicht hilfreich, sondern wirklich die eigenen Top drei oder Top vier aussuchen. Mehr als vier mache ich nicht. Ich mache meistens drei oder vier Votes, die jemand machen darf. Und dann zeigt sich dann ziemlich schnell ein klares Bild, was dann nochmal besprochen wird. Und dann ist die letzte Stunde des Workshops oder halbe Stunde eigentlich, nur ist dann Formulierungsarbeit, das dann als die Top drei, vier, fünf Strategien wieder sauber aufzuschreiben. Wieder als Smart Goal in der Zukunft formuliert, zurückblicken, mit allen Regeln vom Goal Setting. Andere Episode. Ja, und dann stehen dann nach so einem Execution Review auf einmal die fokussierten Strategien, drei oder vier oder fünf, für die nächsten sechs Monate. Cool. Execution Review. Ist noch was wichtig? Es zu tun. Und zwar, ja wirklich, es zu tun, also den Fokus auf den Execution Review zu setzen und das zu machen, egal wie lang oder kurz, egal ob mit Begleitung oder ohne. Aber es zu tun und es zu tun, und zwar sage ich das deswegen so deutlich, weil ich, ich habe ja die schöne Situation, dass ich das jetzt die letzten 13 Jahre hunderte Male gemacht habe. Und was ich feststelle, ist bei Teams, die sich nach sechs Monaten das in den Kalender tun und dann wirklich tun, dass die einen Fokus behalten und die kommen schneller voran. Wenn ein Team das aussetzt und die rufen dann nach neun Monaten oder zehn Monaten an und hören mal, ja irgendwie, wir haben ja die Strategien gemacht, kannst du uns noch mal helfen kommen? Also nach sieben, acht, neun Monaten ist es vorbei. Fängt jedes Strategieset sich an zu zerfasern und dann ist halt schade, weil dann muss man ein bisschen weiter ausholen und wieder von vorne anfangen. Also es beizuhalten ist viel leichter und schneller. Ja, cool. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Execution Review. Am Anfang habe ich ja die Frage gestellt, wie ist es gelaufen? Wie ist die Podcast-Episode gelaufen auf einer Skala von eins bis zehn? Ich würde sagen, es war eine zehn, weil wir innerhalb von 30 Minuten geblieben sind, wie geplant. Wir haben auf unserem Vorbereitungssheet, was hier vor mir liegt, jeden einzelnen Punkt abgehakt, den wir als wichtiges Thema für unser Gespräch vorbereitet hatten und mir hat es auch Spaß gemacht und es hat sich auch 10 out of 10 für mich angefühlt. Für dich? Cool. Also für mich auch eine 10. Aus der 10, die Vorbereitung war sehr gut. Also wir haben wirklich gewusst, um über, also ich hoffe, wir haben gewusst, über was wir sprechen. Genau, wie hat es sich angefühlt? Es hat sich so angefühlt, das wissen wir, wo wir sprechen. Was ich auch wieder schön finde, ist den Bogen, so von Anfang bis Ende, den wir gespannt haben, von wie ist es gelaufen, wie bis jetzt, wir machen es tatsächlich am Ende selber und auch so diese zwei Parallelgeschichten, Business und Physik und Mess-Technologie. Vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich, auch in der Art und Weise darüber nachzudenken. Also deswegen ja, 10 von 10. Super, high 10. Ja, bang. Michael, vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020